Hallo meine Lieben! Herzlich Willkommen zu einem neuen Foothall von uns. Wir haben schon lange keinen mehr gedreht. Es gab so eine Art Sommerpause sozusagen. Ich habe nichts gegessen den ganzen Sommer. Aber tatsächlich haben wir etwas auf und auswärts gegessen. Na ja, ist ja oft, stimmt's ja. Wir waren nicht faul, sondern wir haben viel zu tun gehabt, das war sehr heiß. Und ja, wir haben den Sommer richtig genossen. Und wir haben ausgeschlafen und dann waren wir dann den Tag mit Arbeiten beschäftigt. Egal, wie auch immer. Wir sind jetzt mit dem Schulanfang auch wirklich sehr organisatorisch. Mit den ganzen Wochenplänen, mit dem Essen. Für den Thermomix machen wir uns jetzt immer Essenspläne. Und sind eigentlich gut dabei. Und haben jetzt immer einen Plan, was wir essen. Und ja, jetzt waren wir einkaufen. Wir nehmen euch mit und zeigen euch, was wir gekauft haben. Wir waren sehr wohl auch im Tierladen. Und im BIPA. Ja, im BIPA, das ist so eine Druckerie. Genau. Wir waren aber beim BILA Plus, also der alte Merkur. Genau, also BILA Plus und HOFA. Genau. Und SPAR. Oh ja, es sind fünf. Per fünf Supermärkte. Oder Geschäfte, die wir nehmen. Genau. Fangen wir an, oder? Fangen wir an. Also. Wir waren als allererstes beim Fressen Apfel. Wir haben noch ein Spielzeug gekauft. Ich weiß, das ist nicht süß. Wir haben so ein Kuscheltier gekauft. Also es ist... Ja, es ist ein Beißtierchen. Das hat was Quietschendes drinnen. Ich zeig's euch mal von nahem. Das ist auf jeden Fall sehr fest. Und da drinnen ist kein Plüsch oder so Schaum. Was ist denn da drinnen? So Schaum. Das sind so Knoten, das man kennt von... Ich hoffe, dass die Wunde das nicht so leicht kommt. Ich glaube nicht, dass die kaputt nach dem Gerät ist. Vor allem da ist auch so ein richtig festes Material. So sieht das innen drinnen aus. Ja. Das habe ich auch gesehen. So kann man sehen. Es sind ein bisschen Knoten drinnen. Und die lieben ja Kuscheltiere. Aber man kann dann kein normales geben, weil die zerbeißen einfach alles. Genau. Die Affen haben keine Ohren mehr. Die Elefanten keine Russen mehr. Ja, das ist der nächste Stock. Dann haben wir noch so ein richtig cooles Stöckchen gekauft. Das ist aus Thermoplastik. Schaut aus wie ein Stock. Aber ist auf jeden Fall nicht so gefährlich wie ein richtiger Stock. Weil da kann kein Splitter abgehen. Und ich fand das so cool. Weil dann die Kunde beißen und kauen halt gerne an Sachen. Und ich habe mir gedacht, dass das sicher safe ist. Und das richtig cool ist, so ein Knoten. Die spielen so gerne mit Knoten. Die spielen zusammen. Da nimmt sogar zu dritt am Kleinen. Die Gold spielen dann mit ihren Kindern. Und dann ziehen sie so herum. Und dann haben wir gedacht, dass das ein großes sicher cool ist. Das kann ich auch zum Beispiel für Muskeln verwenden. Denn mehr kann ich nicht erheben. Wo ist denn die Schere? Wem geben wir das Stöckchen? Lucy! Bella! Ja fein! Ja fein! Wer will das? Wie sind die alle fein? Wow! Meine Bella! Meine Bella! Schöne Stöckchen! Da Bella! Schöne Stöckchen! Schöne Stöckchen! Die schneidet es nicht so. Was willst du von mir? Und noch was ganz tolles. Kauknochen. Den ansonsten kauen sie in unsere Ohren. Haben wir aus Rinderknochenhaut. Nein, Rinderhaut? Nein. Irgendwas mit Hühnchen. Also ja, dieses Ding da ist Hühnchen. Und das ist Rinderhaut. Das sind auf jeden Fall so Zahndinger. So Zahnputzchen. Kann man gleich hier drauf machen? Ja. Hunde! Füße mit dem Stöck. Schau! Bella! Komm her! Bella sitz! Bella sitz! Super machst du das! Ja, Bella! Lucy sitz! Bella sitz! Wow! So, und danach waren wir beim Hofer und haben unseren Großteil der Lebensmittel gekauft. Viele wissen, dass wir eigentlich immer zum Hofer gehen. Das ist schon seit immer, seitdem wir denken können. Ja. Seit immer, seitdem wir zusammen sind, gehen wir zum Hofer. Das hat sich bei uns das eigene Spiel. Wir kennen die Produkte und wir lieben es einfach. Und Hofer ist wie bei euch der Aldi, nur ein bisschen anders. Ja. Für ein Rezept aus dem Thermomix-Cookie, ich wollte Topfenknödel machen und Kohlrabi-Erde-Kartoffeln-Gericht, habe ich... Ich weiß nicht, wie es genau ist, habe ich auf jeden Fall Schlagobers gekauft, Sahne. Viele Deutsche haben mich letztens gefragt, als ich mal ein Rezept auf Instagram gepostet habe. Was ist die Schlagobers? Was ist das? Schlagobers. Was ist das? Das ist Sahne. Aber ja, wir sagen halt in Österreich Schlagobers dazu. Dann auch Topfen. Magertopfen habe ich zwei Stück. Weil ich möchte nämlich Topfenknödel machen. Ich liebe ja Topfenknödel total gerne. Und ich kann es im Thermomix selber machen. Deswegen freue ich mich schon drauf. Dann mussten wir Butter kaufen. Wir haben gleich zwei gekauft. Für Backen. Und ja, wir haben immer Butter zu Hause. Wir haben zwar die Streichbutter auch, aber auch solche zum Backen. Ja, und dann gibt es voll coole neue Produkte, die der Papa gesehen hat bei meinem Hofer. Und zwar gibt es da nämlich jetzt vegane Nuggets. Die gab es vorher gar nicht. Ja, das sind... Die habe ich vorher gesehen, ne? Von der Marke Just Whack. Und vegane Bällchen. Wir sind jetzt nicht veganer, aber die schmecken echt gut. Diese veganen Nuggets. Und deswegen haben wir welche gekauft. Bei den Bällchen, glaube ich, dass die so ausschauen wie... Wie die von Ikea. Ja, wahrscheinlich. Oder Ikea. Ah, cool. Dann haben wir Laugenstange gefunden. Das ist das gleiche wie Laugenbrezel, nur in eine verschiedene Form. Und die haben wir jetzt gekauft. Zum Aufbacken. Die kommt in die Tiefkühlabteilung. Dann habe ich auch Pizza gekauft. Die habe ich schon echt lange nicht mehr gekauft. Aber es ist praktisch ab und zu, wenn... Ja, die Kinder, die Großen später von der Schule kommen und jetzt da... Weiß ich nicht. Oder sie kommen von der Schule und sind nicht zu Hause, weil sie auf einen Termin sind. Das ist schon vorgekommen. Dann können sie sich zum Beispiel sowas schnell machen. Michelle isst total gerne diese Pizza Margherita oder Pizza Salami. Und die ist von der Eigenmarke von Hofer. Und ich finde, das ist echt eine gute Tiefkühlpizza. Stimmt. Von dem, dass wir Tiefkühlpizza jetzt nicht so toll finden, aber das ist eine gute Tiefkühlpizza. Also schmeckt richtig gut. Bestellte schmeckt dann besser. Ja, bestellt oder selbst gemacht. Schmeckt noch besser. Aber sonst, wenn man keine Zeit und sowas hat, dann ist die wirklich sehr, sehr gut. Okay, dann zeige ich mal weiter. Auch für mein Rezept, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr welches genau. Auf jeden Fall, brauche ich Tiefkühlerbsen. Ich esse gerne Erbsen. Aber ich glaube, ich bin ja in der Familie die einzige, die Erbsen ist. Sonst muss ich es immer im Essen so verstecken. Dann essen sie Kinder vielleicht. Aber ich esse diese... Also vor allem Michelle und Luisa, die mögen nichts Grünes. Die können nichts Grünes essen. Das ist schlimm. Dann haben wir ganz viel Schinken gekauft. Unsere Kinder essen total gern Schinkenbrot. Ja, außer in der Brotdose. Deswegen habe ich aber verschiedene Sorten von Schinken genommen. Einmal Pharma-Schinken und dann Beinschinken. Auch hast du viele genommen. Ja, das ist ein Tag. Stimmt. Für eine Barmung ist ein Tag. Wir haben ja mehrere Kinder und wir mehrere Brotdosen machen müssen. Das heißt vier für vier Tage. Ja. Und dann hast du ja noch Toastschinken gekauft. Hast du das für zum Toast machen gekauft? Ja. Die Kinder wollen manchmal einen Toast machen. Toast mit Käse zugeklappt. So warm. Wir essen das dann immer mit Ketchup und Mayonnaise. Mega gut. Dann habe ich da noch so einen Carré gekauft. New Lifestyle. Der ist mega gut. Der ist so dünn aufgeschnitten. Und das hat sich der Papa auch genommen. Ziegenkäse. Er mag so gerne Ziegenkäse oder Schafskäse. Ich weiß ja Ziegengeschmack. Geruch. Ziegengeschmack. Brunch. Brunch. Und Brunch. Natürlich essen unsere Kinder ihre Brote gerne mit Brunch dort runter. Übrigens schreibt unten in die Kommentare, falls ihr euch unbedingt ein Lunchbox-Video wünscht. Wir sind da am überlegen, wie und was wir noch für Ideen sammeln, dass wir wieder eins machen. Aber falls ihr es sehen wollt, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Beim Hofer habe ich auch Freustücher mitgenommen. Und zwar Pemper Sensitive. Ich kaufe die gerne beim Hofer, weil die da wirklich sehr günstig sind. Ich vergleiche da immer. Ich vergleiche da immer. Ich schaue immer bei Amazon. Und wie da der Preis ist. Oder in diversen Drogeriemärkten. Aber ich finde beim Hofer sind sie aktuell am günstigsten. Deswegen, wenn es so welche gibt, dann nehme ich da immer so ein Paket mit. Und ja, wir brauchen Freustücher. Ein Stück Melone aus Österreich. Aber der liebt Melonen. Also ich mag Wassermelonen, ok. Aber das ist so der Hype. Dieser Mann isst einmal die Woche eine Melone. Wisst ihr, wenn die Melone reif ist, wie es sich das anhört? Dann haben wir auch Eier mitgenommen. Wir haben zwar Hühner. Ihr wisst Bescheid. Aber aktuell liegen die nicht so regelmäßig, oder? No. Time out. Die Strecken. Dann habe ich auch Himbeeren mitgenommen. Übrigens, habt ihr gewusst, die Amerikaner haben dieselbe Marke an Himbeeren. Habe ich jetzt letztens in einem TikTok gesehen, fand ich so. Überall. In jeder Supermarkt bei uns in Österreich hat die. Delicious. Drieskolls. Drieskolls. Drieskolls? Also ich dachte, das ist delicious. Drieskolls. Drieskolls? Das hast du genau nicht gelesen. Aus Marokko. Alles klar. Am Liga. Dann habe ich Fistolen gekauft. Also so Bohnen. Ich brauche jetzt lieber für das Rezept, das ich morgen im Thermomix kochen werde. Dann hat der Papa so Erdwehren mitgenommen. Dann haben wir schon alles süß aus. Aus Belgien. Aber die riechen mittiger. Boah, die riechen echt gut. So kennenzulernen als Kind, so klein. Und nicht so fette Äpfel. Dann haben wir auch einen Eisbergsalat gekauft. Weil wir machen heute selbstgemachte Burger. Dafür brauche ich Salat. Und deswegen haben wir auch Tomaten. Aber nicht nur deswegen. Sondern mitunter. Dann haben wir Burgerbrötchen gekauft. Einmal, also zweimal sogar XL. Also wir haben zwei von diesen XL Paketen. Für uns die Erwachsenen und Verträge und so weiter. Also hier nochmal. Und für die Kleinen haben wir so mini Burgerbrötchen gekauft. Könnte man auch selber backen. Ja. Ist zeitlich immer. Geht so schneller. Dann haben wir, weil Schnupfennasen Zeit ist, Taschentücher gekauft. Wir haben einmal die so zum rausziehen. Die Taschentücher boxen. Genau. Wir sind aber geruchneutral. Geruch neutral? Ja. Was heißt das, dass da kein Geruch drauf ist? Ja, kein Geruch. Und da? Wir sind auch ein Geruch. Achso. Oder Geruch. Keine Ahnung. Wie sieht der Papa Paufleisch? Krustelbraten gekauft. Paufleisch. Paufleisch. Ja. Ja. Ihr seht. Hier mag jemand Paufleisch. Das ist aber immer so geruchert. Das ist anders schmeckt. Aber wirklich sehr, sehr gut. Sehr, wirklich. Das ist so zart. Luisa liebt das. Ja. Dann haben wir so Salamistangen gekauft. auch so Carvanossi sagen wir dazu. Ja für uns und für die Kinder auch mal für die Jausenbox. Dann zwei lange Spitzpaprikas. Jetzt mit Spezialgeist Philipp. Ich sag's dir. Hi. Ja, meine Buben. Ja, meine Buben. So, aber jetzt musst du zeigen. Ich halte die Babyhalterin. Na gut, dann können wir die Seite wechseln. Dann haben wir ein Stück Kohlrabi gekauft für ein Rezept von Mama. Kartoffel-Kohlrabi-Dingsbums. Dann eine vegane Schokolade. Das ist mit Sesam. Das schmeckt mega lecker. Habt ihr den Vlogger-Move gesehen? Ich kenne das. Ich bin von... YouTube. Von Beruf. YouTuber. Richtig. Dann habe ich weiter. Gleich zwei Backungen. Haferflocken geschrottet. Wir essen auch sehr viel Porridge. Und ja. Das war eine Packung. Ah, das schaut mal so aus. Eine Woche, oder? Ja, es kommt noch mal. Es gibt so eine Phase, da essen wir öfter Porridge. Und es ist mega schnell weg. Und dann ist es längere Zeit wieder öfter. Ja. So, weiter geht's. Das schmeckt ja auch Gisin. Okay. Dann haben wir eine Packung Chips. Pringles mit Sourcreme. Und ähm... Müllsäcke. Dann haben wir noch ein paar Bananen gekauft. Nicht viel, weil... Das waren die letzten. Genau. Und wenn wir auch viele kaufen, kann es eindeutig braun werden. Wenn die braun sind, wenn die Kinder nicht mehr essen, dann machen wir Porridge. Und wenn wir keinen Bock auf Porridge haben, dann gehen wir den Hühnern. Und dann haben wir gesagt, jetzt kaufen wir nur fünf. Jetzt geht's ja aus. Okay. Das hab ich gekauft. Das hab ich gekauft. Da hab ich immer Snips gekauft. Der Papa hasst Snips. Das ist... Das ist mit, äh... Nüsse. Mit Erdnüsse. Ja. Die haben das als Kind gehasst. Ich hab Freunde gehabt, die das gemocht haben. Ich war der Einzige, der immer was anderes gekauft hat. Nicht äh... Essig-Balsamikor. Die haben aber auch wiederum das gehasst. Ja. Wer is das denn Essig? Uuuh. Wisst ihr, der Papa mag auch kein Ketchup und keine Mayonnaise und keinen Senf. Das stimmt auch. Der isst nie sowas. Das stimmt irgendwie. Verdimmt ja das Geschmack von den Nächsten. Also, dann hab ich dreimal Zucker gekauft. Ein bisschen süß. Genau. Weil jetzt ist noch Backzeit. Kommt ein bisschen, ähm... Ja, den Herbst schon... Marschieren schon schon rein. Und der Papa hat sich natürlich gesehen. Ein ordentliches Wisserspeck an Futter. Genau. Ich hab vor kurzem meinen Pflaumenkuchen gemacht. Zwetschken. Kuchen gemacht. Und ja, so ein Kilo ist schnell weg. Das war 300 Gramm. What? 300 Gramm. Da war so viel drin. Wow, machst du uns. Aber es hat geschmeckt. Ja. Also, dann zweimal Schokofresh. Denn so eine Packung ist so schnell weg. So schnell kannst du nicht schauen. Ja. Deswegen weg zwei. Also, ich esse da kein so von. Die Kinder inhalieren das so. Sie beschädigt sich ja meist nicht. Ja, und du. Okay. Dann haben wir unsere Lieblingskäse in der Dose. Es schmeckt wirklich bombast. Einmal Käse in der Lacke. Dann... Dann faschiertes Fleisch für... Geh einen Schritt zurück, weil der Kopf ist ja abgeschnitten. Dann faschiertes Fleisch für... Burger. Heute machen wir Burger. Und der Papa macht immer selbst die Pettis. Genau. Die schmecken dann am besten. Denn ich weiß, was er drin lässt. Genau. Man kann die schon auch fertig kaufen, aber... nicht bei mir in der Küche. Also... Das nächste haben wir Mini-Gürken gekauft für die Jause. So eine Packung reicht schon so zwei, drei Tage. Unsere Kinder mögen zur Zeit nur Gurke und keine Tomaten. Genau. Wenn du in der Früh zwei, drei Gurken dazugeben und eine Gurke dazugeben, kommt auch das Kind an. Wenn es ein kleines Kind ist, ist es eine kleine Gurke. Wenn ein großer Kind ist, ist es dann zwei Gurken. Und so weiter. Dann zwei Packungen Oberkoile Schnitzel. Schnitzel. Das hat die Mama gekauft für ein Rezept. Von Thermomix. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich glaube, Paprika... Nein, Putengeschnetzel. Aber wir wollten kein Puten kaufen, deswegen haben wir Hühner gekauft. Ist auch fast das gleiche Tier. Noch einmal Hühnerfleisch, einmal Hühnerfilet und einmal Hühnersteak. Achso. Also was war das? Ah, für unsere Kartoffelsalat. Achso, beide Mini-Steaks. Entschuldigung. Für unseren Kartoffelsalat für morgen. Ja. Kartoffelsalat mit Hühnerfleisch. Die Bohnen. Die Bohnen. Die Mama ist jetzt kurz weg. Aber macht euch keine Sorgen. Ich werde euch gleich unterhalten. Also. Das nächste ist... Nein, warte auf die Mama. Ich habe den Kleinen wieder weggegeben, weil er ist echt schön. Und gleich eine richtige Mocke ist. Dann haben wir zwei packen Weißbohnen. Corona. Hamsterkauf. Wuhu. Das stimmt ja auch. Wenn wir es kochen, zwei Dosen sind auf einmal weg. Manchmal drei. Hast du Angst vor Lockdown oder was? Ja, vor Lockdown. Und wenn ich auch so einen Bohnenaufstieg mache. Habe ich auch gleich zwei Dosen rein. Und ja, ein bisschen auf Vorrat ist auch nicht schlecht. Weil Corona, du weißt nicht. Du bist ja kein Hamster. Nein, aber ist ja ein Hamster. Das ist... Der war schon vor Corona so. Der hat... Der Hamster einfach nicht gerne. Der hat immer so Sachen auf Vorrat. Und auf Vorrat scheinbar ist voller Kücher, Erbsen, Linsen, Bohnen. Genau. Also wir werden nicht verhungern, oder? Ja. Definitiv. So. Dann... Oh Gott, mein Gott. Als nächstes haben wir gehackte Tomaten gekocht. Auch gleich eine Packung. Das schaut so aus. Oder wie meine. Wie meine, wie meine. Zwölf Stück. Das wird sehr oft verwendet. Und ich glaube, viele Frauen, die kochen, kennen das. Man braucht uroft sowas. Aber viele Männer, die auch kochen, man braucht sehr oft sowas. Entschuldigung, natürlich für alle Menschen da draußen, die kochen. Männer und Flachen sind alle gleich. Ja, ist ja so. Nur, dass wir Kinder kriegen können. Eher nicht. Gott sei Dank. Das würde anatomisch nicht gehen. Das nächste haben wir gekauft Kartoffeln. Auch wieder sehr schön, die Mama vorhat. Also sie geplatzt hat. Die Tüte ist geplatzt. Genau. Muss ich kurz weglegen. Entschuldigung. Dann habe ich Topfreiniger gekauft. Weil, ja, ich hab nur zwei frische. Und wenn die dann auch nicht mehr so schön sind. Und verbraucht sind, dann... Danke, Tandil. Dann haben wir Sonnenbrüben und Öl gekauft. Auf Vorrat, oder? Genau. Ja. Ja, wenn es fertig ist. Und du bist mitten in der Küche, du hast irgendwas zum Kochen. Öl ist fertig. Was machst du dann? Gehst du nachmachen? Glaubst du an der Tür? Nein. Könnte man theoretisch machen. Ich wohne im Land. Bei uns funktioniert sowas. Aber in Wien? Nein. Dann haben wir Zwetschgen gekauft. Weil... Der Bauer möchte nochmal einen Kuchen machen. Ich hab den Kuchen gemacht, weil die Mama gekauft hat und nicht aufgegessen. Und wenn wir noch ein paar Tage gelassen hätten, wären die schon zu fliegen geworden. So kleine Fliegen. Dann hab ich gesagt, Mensch, bevor sie kaputt gehen, mach ich gleich einen Kuchen daraus. Nein, aber ich möchte... Ich mache Topfenknödel, hab ich gesagt. Mit Zwetschgenrösti. Miam, Miam, Miam. Miam, 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 Miam. Miam, 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 Miam. Ich bin gespannt. Ja? Für irgendeine Rit... Ach, das ist ein Geschnetzel. Da haben wir Bandnudeln. Das sind so... Ja, Nudeln aus Dinkelmehl, glaube ich, oder? Dinkel. Von Gourmet. Dinkelnudeln, ja. Wo ist das? Ein Dinkel, ja? Dann haben wir Cornflakes von... Na? Happy Harvest. Schoko Reis. Ja, mit Croco Figur. Oder Dino, Entschuldigung. Oder was heißt das? Ein Dino, oder? Ein Drage. Ein Drage. Ein Drage. Ein Drage. Die Mama verarscht mich. Die Geschichte mit dem Drage verrate ich euch noch nicht. Wieso nicht? Ja, das stimmt. Das kann mich selber nicht mal erinnern. Na ja, das ist schon ein bisschen peinlich. Wieso? Hast du mit den Nachbarn? Ich war bei den Nachbarn zu Hause. Und ja, die haben irgendwas gespielt. Die Kinder haben dort gespielt. Und das war schon ziemlich arm und so weiter. Und ich weiß nicht, über was er irgendwas erzählt hat. Ist das ein Tattoo? Und du hast gefragt, ist das ein Drage? Ja, oder sowas, irgendwas. Und das war eigentlich eine Drache, ey. Und dann... Der Papa ist sein Name und nicht eingefallen. Ja, und dann habe ich gesagt, Drage. What? Das versteht. Kennst du das? Drage? Drage? So peinlich ist das gar nicht. Aber so peinlich ist das gar nicht. Was ist dann peinlich? Drage ist auf Englisch auch. Drage? Drage, ja. Drage. Aber Balkansprache ist Drage. Mein Gott. Es war peinlich jetzt. Jetzt kennt ihr mein Geheimnis. Das nächste Produkt ist eine Chipsverpackung. Mit Paprika-Schmuck. Das sind Riffelchips. Ich mag Riffelchips. Das ist auch wirklich gut, ja. Muss man auch schön sagen. Kann man essen. Zwei Packungen Mehl, denn ohne Mehl kann man die backen. Was kann man denn mit Zucker machen, außer Zuckerfragen werden. Deswegen auch Mehl dazu. Ja, genau. Dann habe ich auch ein Julierzucker gekauft. Das brauche ich nämlich für das Rezept für ein Zwetschgenrösti. Zwetschgenrösti ist ja nichts anderes wie so eine Art Zwetschgenmarmelade. Ne? Ja. Kennst du Zwetschgenrösti? Ja. Zwetschgenrösti? Zwetschgenrösti? Ich kenne Zwetschgenrösti. Zwetschgenrösti? Zwetschgenrösti. Ich kenne ihn nicht. Oh, gut. Kann man das? Ja, ja. Die österreichische Essen zum Kaiserschmarrn dazu. Das kann man bestellen. Zwetschgenrösti. Rösti. Ich kann ihn aussprechen. Zwetschgenrösti. Rösti. Ich weiß nicht. Das schmeckt nicht wie Käse. Schon wie Käse. Aber auch nicht Käse. Keine Gouda. Das schmeckt gar nicht. Ja. Und für Pati habe ich diese Karamellwaffeln gekauft. Der mag die total gerne. Und deswegen kaufe ich die öfter nach. Das sind so Waffeln und die Gepressten drin. Das sind so Karamellwaffeln. Wow. Hat niemand gesehen. So. Ich glaube wir sind jetzt fertig mit Hofer. Und? Jetzt hat man vergessen. Span. Wir waren aber Span. Im Span haben wir Saft gekauft. Und wie ihr wisst habe ich euch schon mal gezeigt. Der Saft schmeckt so gut. Und wir müssen mal probieren. Dieser Apfelsaft von Span. Der schmeckt am besten. Glaubt es mir. Jeder mit zwei Mal in ihrem Saft. Also ich liebe diesen Apfelsaft. Ich liebe dieses. Ich liebe. Ich liebe dich auch. So eine kleine Änderung. Die Mama ist kurz im Wohnzimmer. Weil die Kinder brauchen die Mama. Ich mache jetzt alleine. Kein Problem. Wir gehen dann weiter mit Bila. Also wir haben von Bila zwei Packungen Bake Rolls gekauft. Das ist so. Ähm. Zwieback mit Knoblauchgeschmack. Schmeckt bombastisch lecker. Wer das noch nie probiert hat. Habt ihr was verpasst. Dann. Haben wir auf ein Rezept. Sojasprossen. Ähm. Ja. Es verlangt halt. Deswegen haben wir gekauft. Dann haben wir zwei Packungen Toastbrot gekauft. Denn so eine Packung ist brutal schnell weg. Und ähm. Damit ich halt unter der Woche nicht mal nochmal raus gehe. Um mal Brot zu kaufen. Habe ich gleich zwei gekauft. Das geht sich bis am Freitag aus. Eine Sorge weniger. Als nächstes habe ich eine Packung Knoblauchstangen gekauft. Das ist so geröcherte Cabarros. Schmeckt wirklich sehr sehr gut. Ähm. Ja. Auch für die Hause. Dann haben wir einen Hund gefunden. Es war eine Aktion. Und dann haben wir einen Hund gefunden. Und dann haben wir noch eine Flasche Ketchup gekauft. Wir kaufen immer den Ketchup von Heinz. Ähm. Das schmeckt gut. Und ähm. Ist ein Standardprodukt bei uns zu Hause. Dann. Liebe am Land. Dann. Also zählt mal bitte. Also zählt mal bitte. Schreibt mal unten in die Kommentare wie oft der Papa Dahn gesagt hat. Oder schneidest du es aus? Na die Klasse. Oh. Dann. Das muss ja dazuzählen. Weil sonst Dahn ist nicht richtig. Ihhh. Kennt ihr das? Das ist so lecker. Fruchtikus. Dabo. Das ist löff... Also da steht, dass das zum Löffeln ist. Man kann das aber so löffeln. So so lecker so so. Ohne Dahn. Dann. Zwei Packungen Salz. Wir kaufen immer den Salz aus Himalaya. Ob das Himalaya ist, weiß ich leider nicht. Muss nochmal nachschauen. Hört er kurz. In Linz wird er hergestellt. Ja. Aber das heißt Linz Himalaya. So. Jodiert. Zwei Packungen. Und ich habe mein eigenes Salz Himalaya. Ich kaufe immer für mich unjodiertes Salz. Weil ich... Probleme mit der Schildwurze habe. Genau. Und die Mama darf nicht jodiertes Salz essen. Genau. Ähm. Wie wird der Name nicht sein? Dann. Nein. Dann haben wir auch eine extra Wurst mitgenommen. Also extra Wurst sagt man in... Wiener, oder? Nein, nein, nein. In Deutschland Fleischwurst, glaube ich. Achso. Oder Le... Lioner oder so. Lioner. Lioner. Da haben wir wieder gehört. Lioner? Ich kenne nur Lion. Diese Schokoladen-Buttons. Lioner. Oder wie schreibt man das? Schreibt es mal unten in den Kommentaren. Aber wie sagt man zu extra Wurst? Also zu dieser Fleischwurst bei euch in der Umgebung. Ich weiß, dass in Deutschland wieder verschiedene Bereiche... Verschiedenes nennen. Aus den Rumänien heißt es Pariser. Ja, Pariser. Aber hier habe ich auch das schon öfters gelesen. Pariser. Schauen die Pariser so aus? Der Papa hat einen richtig schönen Joghurt gefunden. Im Glas. Schön, oder? Leider ist kein Pfandglas. Das wäre cool gewesen. Ja, aber wir wollen das behalten. Max. Oder mit einem Löffel. Als ich Kind war, gab es Joghurt nur so kleine Gläschen. Mit genau so einer Alufolie drauf. Also es gab keinen Deckel. Und es war alles Pfand eigentlich. Und ich finde es cool, wenn das auch Pfand wäre. Ja. Also ich würde gerne zurückbringen. Weil die Leute sich halt freuen, wenn sie Sachen zurückbringen, anstatt was wegzuschmeißen. Genau. Es mag trotzdem auch einen Sinn, anstatt in den Müll zu werfen, zurückzubringen. Aber auch in Altsammlung. Genau. Und von der selben Marke, von Scherdinger, kaufen wir immer unsere Vollmilch. Also wir trinken jetzt nicht so viel Milch. Die haben sie immer zum Kaffee oder manchmal zu Backsachen. Oder für den Grispo Ding. Ja genau. Und wie gesagt, mit diesen einen Liter... Weißt du noch wie viel mit? Wir haben früher immer urviel von Vollmilch getrunken. Vier, fünf Backen haben wir immer gekauft. Und wie gesagt, jetzt aktuell haben wir diesen einen Liter. Mit dem kommen wir locker eine Woche aus. Wieso länger als eine Woche. Ja. Und dann nehmen wir das in meine Pfandflasche. Und ja, bringen die dann wieder zurück. Ich liebe diese Gläser. What? Kaffee-Chi haben wir auch gekauft. Und wir vermissen Italien. Wir haben nämlich diesen Lavazza-Café uns in Italien gekauft. Und der ist so lecker, dass wir den jetzt hier auch weiter verwenden. Genau. Der kostet nämlich 16 Euro, 15 Euro. Und nur noch ein paar Sekunden. Ein bisschen teurer als der. Aber wirklich geschmackvoll. Sehr gut, ja. Dann hat der Papa sich Pastinaken gekauft. Wir haben leider keinen Suppengrün mehr gefunden. Aber wir haben Karotten zu Hause. Wir haben Lauch zu Hause. Und wir haben... Sellerie-Knolle. Sellerie-Knolle. Aber die kann man einfach so essen. Boah, mega süß. Lecker. Boah. Ja, ja. Fertig mit Billa Plus. Jetzt waren wir noch kurz beim BIPA. Das ist sowas wie DM. Das ist ein Druckerima. Ja, genau. In Österreich. Und da haben wir ein paar Kleinigkeiten gekauft. Für den kleinen Philipp. Für den Mausezahn. Ja, ja. Er hat ja schon zwei Zehnchen da unten. Und ich möchte auf jeden Fall schon gleich die Zahnpasta putzen. Und deswegen habe ich die von Elmex gekauft. Die ist auf jeden Fall die beste Zahnpasta, hat unsere Zahnärztin gesagt. Die kann man ab dem ersten Zahn verwenden bis zum zweiten Geburtstag. Also da ist es wirklich nicht schlimm, die Kinder Zahnpasta zu nehmen. Weil da ist ja auch Fluorid drinnen. Genau. Und der Zahn braucht Fluorid. Deswegen... Hat die Zahnärztin gesagt. Und für die Luisa haben wir auch eine Zahnpasta genommen. Wir nehmen eigentlich immer schon seitdem ich denke an Elmex. Also schon mega lange. Ja. Das stimmt. Wir sind Elmex Standpunkt. Ja, weil wir haben uns durchprobiert und da Babel kam und Erdbeeren. Nach einer gewissen Zeit schmeckt das nicht mehr gut. Ja, ja. Das stimmt. Und das ist so eine sanfte Zahnpasta, die so leicht... Wir haben die Kinder akzeptiert von Anfang an bis jetzt eigentlich. Genau. Wir haben nie gesagt, ich bin gländerlieder. Kinder oder Ekelhaft oder so. Deswegen sehr, sehr gut. Und für die Kleine. Ein Zahnpastaset gekauft. Also Set. Ich habe mir von Mom diese gekauft. Das sind die ersten Zahnbürsten, die habe ich bei allen Kindern verwendet. Wie gesagt Patrick, Michelle, alle Kinder haben das als erste Zahnbürste gehabt. Und ich finde das so gut, weil der Kopf ist sehr klein. Und die ist perfekt. Die haben ja so wenige Zähne. Da können die auch selber schon ein bisschen üben. Da gibt es so einen Stopper, damit sie sich damit nicht so... Das ist... Vernetzen. Und für uns haben wir auch Zahnputzköpfe gekauft. Von Oralbe. Wir haben alle eine elektrische, deswegen haben wir so Köpfchen. Und für die einen habe ich noch so was uns in den Necken gekauft. Einmal so einen Apfelkeks. Weil wir haben ja ganz viele Kekse aus Italien mitgenommen, aber die sind alle weg. Und dann getrocknete Erdbeeren. Und dann last but not least hat der Papa auch was gekauft. Zahnseide. Dieser Mann ist süchtig nach Zahnseide. Also der Papa, der wird nachwischt, wenn der irgendwas isst und er hat keine Zahnseide. Dementsprechend geht er mir dann auch ein bisschen auf die Nerven. Weil diese Dinger da lässt er dann überall im ganzen Haus. Ich habe sogar im Auto. Im Auto, auf dem Küchentisch, im Büro, im Badezimmer natürlich. Im Wohnzimmer, auf der Fensterbank. Überall liegen... Im Büro. Im Badezimmer. Auto. Küche. Überall liegen diese Dinger rum. Im Badezimmer. Boah, das sind lange Foothäule. Wir haben viel gekauft. Ja. Das heißt viele. Wir sind viel. Wir haben auch gleichzeitig viele ausgegeben haben. Achso, ja das stimmt. Wir haben über 300 Euro. 320 Euro. Aber wir haben auch Druckerien. Und ein bisschen für die Hunde was gekauft zum Spielen. Zum Trinken. Also geht das schon. Ja. Ja meine Lieben. Das war's mit dem Foothäule. Wir sind schon richtig müde. Oder? Ja. So. Ja. Wir werden auf jeden Fall jetzt die Sachen wegräumen. Und dann Burger machen. Ja und Burger machen. Und ich hoffe der Foothäule hat euch gefallen. Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal. Abonnieren aber nicht vergessen, gell? Tschüss. Tschüss.